Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe heute für euch einen ganz besonderen Gast. Der ist aus dem weiten Saarland, aus Saarbrücken, angereist. Und das ist der Thomas Blug. Moin, moin. Und er wird euch heute den lang auf dem Channel geforderten Amp One... Boah, ich habe bestimmt 20 oder... nee, mehr. Ich habe 50 E-Mails. Kannst du dir nicht mal den Amp One von Blugitar zeigen? Und da muss ich ganz kurz Story erzählen. Ich habe schon ein Video drüber gedreht. Ich habe den ganzen Tag Videos drüber gedreht. Und wollte es dann schneiden. Und ich hatte das Ding schon wieder mit einem Kumpel, der mir das ausgeliehen hat, zurückgegeben. Und da war die SD-Case defekt. Und wollte es dann direkt eigentlich wieder machen. Kam nicht dazu. Und habe dann auch gedacht, warum frage ich den Thomas, ob er mal vorbeikommen will. Und nach einem Jahr haben wir seinen Termin gefunden. Und jetzt ist er da. Hurra. So, Thomas, erzähl mal was zu dem Amp One. Ja, also den gibt es ja schon eine Weile. Also wir haben jetzt, keine Ahnung, sieben Jahre oder so Amp Ones in der Welt gesehen. Und was mich freut, ist, dass es immer mehr Leute gibt, die dem Amp One vertrauen. Das Problem am Anfang war, ich bin mit so einer Kiste gekommen. Und die Leute, die mich kannten und wussten, wie ich live klinge, mit Röhren-Amps. Und die haben mich dann mit dem neuen Amp One damals gesehen. Und haben gesagt, klingt ja genauso wie immer. Die haben gedacht, ist in Ordnung. Aber die meisten Leute hatten am Anfang Schwierigkeiten damit zu glauben, dass so eine kleine Kiste eigentlich ein richtiger Amp ist. Und mittlerweile gibt es halt mehr davon. Auch Profis, der Ian Crichton von Saga und der Adrian Vandenberg. Also Namen, die haben eigentlich alles und die sind mit dem Zeug unterwegs. Das hilft. Ich habe es auch nicht kapiert am Anfang. Ich habe gedacht, das ist wie so ein Multi-Effekt. Und ich habe auch erst gedacht, das ist digital. Und mit der Endstufe habe ich gedacht, der ist so klein, so leicht. Das kann nicht sein, dass da eine 100-Watt-Endstufe drin ist. Das habe ich wirklich gedacht. Wir haben vorhin noch darüber geredet. Guck mal, hier geht ein Netzkabel rein. Da geht ein Speaker-Kabel raus. Also eigentlich, was man vom richtigen Amp kann. Und wie kann das sein, dass mit 1,2 Kilogramm ein normaler Röhren-Amp ersetzt werden kann, der sonst 19 Kilo wiegt? Also für 10 Kilo Röhren-Amp kriegst du vielleicht 50 Watt maximal. Also man muss schon ganz schlank bauen. Aber so ein 100-Watt-Amp, der geht in die Richtung 20 Kilo. Und das liegt halt daran, dass ich mir wirklich schon vor über 10 Jahren Gedanken darüber gemacht habe, wie geht denn die Geschichte der Röhren-Amp weiter? Und es wird immer Röhren-Amp auf der Welt geben. Aber ich überlasse das anderen, weil ich auch weiß, die Röhren werden immer schwieriger zu finden. Also das heißt, früher gab es mal Röhren in Amerika, in China, im Ostblock und Russland und sonst was. Jetzt haben wir noch das Problem mit Russland. Und die Röhren sind halt beim Vollröhren-Amp einfach ein kritischer Faktor. Weil du hast ja nicht eine, sondern du hast ja gleich mal fünf oder noch mehr. Und wenn die Toleranzen haben, klingen die Amps halt unterschiedlich. Und deswegen, sagen wir mal so ein Röhren-Amp von einer Boutique-Schmiede, wo dann der Meister persönlich die Röhren selektiert und noch ein bisschen nachbessert, dass das alles rund wird und der Amp so klingt, wie er sich das vorgestellt hat, ist super. Aber das geht auch heute noch. Aber wenn jetzt so ein Standard-Hersteller kommt, das wird immer ungenauer. Und mir war das alles bewusst. Und deswegen habe ich gesagt, Moment, man braucht moderne Bauteile, die das Gleiche machen, die voll analog sind, aber Toleranzen von einem Prozent haben. Und das ist der Unterschied. Die Röhren-Amp haben Toleranzen in den Röhren, die sind 20 Prozent. In den Putis, die haben 20 Prozent. Die Bauteile haben 10, 15, was weiß ich. Das sind richtig große Toleranzen. Hier sind wir bei 1 Prozent, 5 Prozent. Oder bei den Reglern, das ist das anachronistischste, die normalen Regler, die haben 20 Prozent. Und da habe ich dann die quasi vermittelt, indem ich die beiden kombiniert habe. Das gleicht sich meistens aus, dann komme ich dann halt näher an das. Ja, wissen die meisten Leute nicht, dass so ein Poti einfach eine super Toleranz hat. Und dass, wenn du das Gleiche einstellst auf einem anderen Amp, dass nur wegen dem Poti, du kriegst denselben Sound. Du musst es nur eventuell nicht auf 5, sondern auf 5,3 stellen. Und das wissen die meisten Leute nicht. Deswegen sagen sie, probieren dann zum Beispiel auch so eine Digitalsimulation aus, stellen es genau ein wie ihr ein Amp, wissen aber nicht, dass ihr eigener Amp zu dem anderen Amp, den sie nebendran stellen, auch unterschiedlich klingt. Ganz genau. Und ich mache das ja quasi als Entwickler jetzt seit Jahrzehnten. Und wir messen das nach. Also messen ist immer eine schöne Sache. Man kann halt feststellen, wenn ich das irgendwie höre und wenn ich das messe, kann ich mich ja selbst auch überprüfen. Und ich kenne auch natürlich die Fallen. Aber mittlerweile vertraue ich einfach immer mehr meinen Ohren wie den Zahlen. Die Zahlen sind ein super Hinweis für was. Aber wer nur auf Zahlen geht, der kommt nicht an. Deswegen hören, drehen, fühlen, hören ist gut. Und dann kann man es messen und meistens stellt man fest, scheiße, die Kurve ist sogar wie die andere gemessen von einem anderen Gerät oder von was auch immer. Also wichtig. Hören ist wichtiger als Messen, ist zum Überprüfen der Wahrnehmung. Aber nicht als Selbstzweck. Super. Apropos hören. Lass uns mal ein Beispiel spielen, bevor du was spielst. Und mal kurz noch sagen, wie die Signalkette ist. Also Thomas geht direkt in seinen Amp One. Nichts davor geschaltet. Dann gehen wir aus dem Amp One raus in eine Nano-Cap, die hier hinter uns steht. Vor dem Nano-Cap ist ein Shure SM7B. Der große Bruder vom SM57. Genau. Mag ich persönlich auch. Ich auch. Also ich bin so ein Freund von dem Mikro und natürlich dem 750er. Das 750er ist immer ein bisschen sehr in die Fresse. Und das hier hat ein bisschen mehr untenrum. Und ich mag das. Also ein geiles Mikro. Von dem gehen wir raus in meine RME Soundcard. Eine UCX-2. Und das ist genau das, was ihr jetzt auf euren Ohren hört. Ich nehme das mit Cubase auf. Eventuell mache ich einen kleinen Bass-Cut oder so. Aber ansonsten hört ihr genau das, was das Mikro aufgenommen hat. Ich mache da jetzt nicht lang rum. Bin ich auch ehrlich gesagt viel zu faul für. Aber ihr hört das, was aus der Box rauskommt. Mit dem Closed Mic vorne dran. Was wir noch haben, ist, ich habe parallel dazu die Blue Box hier angeschlossen. Im Prinzip ist das wie ein IR-Loader. Der hat aber 16 fixe Cabinets. Das ist meine Cabinets-Sammlung quasi. Mit einem Soundregler, Edge und Center. Das heißt, ich habe es hier auch noch ein bisschen wärmer gedreht. Aber das ist alles Geschmackssache. Da kann man nicht viel einstellen. Das klingt so, wie es klingt. Aber wie du auch eben so beim Soundcheck bemerkt hattest. Klingt gleich. Ja, klingt ziemlich genau gleich wie die Abnahme von der Box. Was erstaunlich ist. Ja, und was halt das Besondere an dem Ding ist, da ist ein Übertrager eingebaut. Das heißt, man kann mit einem XLR-Kabel wie mit einem Mikrofon auf der Bühne hantieren. Und man kann kein Brummproblem bekommen. Das ist wichtig. Also ich bin so ein Bühnenmensch. Bei mir muss es halt auf der Bühne idiotensicher sein. So ähnlich wie eine DI-Box ist das, ne? Genau. Also das ist quasi ein IA-Loader und eine DI-Box in einem Gehäuse. Und bei mir persönlich, auf meinem Paddleboard, habe ich eine Gaffa drüber geklebt. Weil so klingt meine Box, so kling ich. Und da dreht keiner mehr was dran. Und ich habe auch probiert. Also entweder muss der Mann an der PA gar nichts mehr machen. Oder er hat ein Problem mit seiner PA und dann muss er halt was machen. Aber ich fand nicht an, den Sound... Also du nimmst das, du nimmst nicht mehr mit Mikro ab? Nein. Und ich habe es original, ohne Scheiß, ich habe es verglichen. Pass auf, jetzt kommt noch eine Nerdy-Story. Ich spiele selber die Fatcap, das ist die Nummer größer. Und ich habe in die Fatcap ein SM7B eingebaut. Gehabt, als es noch kein Blue-Gitar gab. Das war meine eigene Box. Da gab es noch gar kein Blue-Gitar. Ich habe mir einfach eine Box gebaut, die ich selber haben wollte, um keine 4x12er-Boxen zu schleppen. Und die hat eine spezielle Bass-Portierung und lalalala. Und weil ich damals auch keine Redbox von Jusen Kettner wollte, weil das geht ja vielleicht besser, habe ich mir mein Lieblings-Mikrofon, nämlich genau das, in die Box eingebaut. Ich habe die Kapsel ausgebaut, habe die vor den Speaker platziert mit einer speziellen Halterung. Oh, da muss sie hin, Millimeter für Millimeter. Und habe den Übertrager, den Rest von dem Mikro, in die Box versenkt. Und hinten einen XLR-Anschluss gehabt. So, super, praktisch, einstecken, immer gleicher Sound. So, jetzt stehe ich auf der Bühne und habe irgendwann meine eigenen Produkte entwickelt und habe einen Sender, stehe am Mischpult, FOH, und schalte so A, B um und denke, SM7B, bisschen nah, so, so. Und dann gehe ich auf meine Blue-Box und sage, Jungs, ich brauche nie wieder das Ding. Also, ich bin mit der Lösung privat, kann ich einfach nur sagen, an der Mikroabnahme vorbei. Ich habe sogar auch die letzten Aufnahmen für eigene CDs oder jetzt bin ich gerade mit Ben Grenfeld, so einen finnischen Gitarristen, eine CD am Machen mit zwei Gitarren und so. Das ist alles Blue-Box. Weil ich habe meine eigene Box, die ich hier in der Blue-Box nach gebildet habe, immer noch mikrofoniert in meinem Studio und irgendwie die Blue-Box klingt besser. Frag mich nicht, warum, aber, weißt du, wenn man so ein Gerät entwickelt, ist an jeder Stelle irgendwie, oh, vielleicht machen wir da ein bisschen so und so und am Schluss schmeckt es mir halt noch besser. Ja, das ist schon krass. Gut. Und das Ding kann man kaufen, aber du hast das ein bisschen im Rückstand, oder wie sieht es aus? Ich habe ein bisschen Rückstand. Wir kriegen noch ein paar irgendwo hin und dann muss ich einen Nachfolger bauen. Also, wer eine hat, seid froh. Wer noch eine haben will, macht schnell, bevor es keine mehr gibt. Der Chip ist irgendwie aus, oder was? Ja, der Chip ist ein Riesenproblem. Wir kratzen und vielleicht können wir aus irgendeiner Quelle noch ein paar kaufen und dann noch mal ein paar bauen. Aber, weißt du, der ist nicht mehr, der ist quasi abgekündigt. Und das ist, da gibt es noch Restbestände irgendwo auf der Welt und dann haben manche Leute, die vor allem da irrsinnige Gesummen haben, dann wären wir bankrott oder müssen viel zu viel Geld für das Ding verlangen. und das ist halt doof. Aber gelegentlich taucht mal irgendwo was auf und dann kaufen wir wieder welche und dann... Sehr geil. Ja. So, sammeln. Soll ich mal was spielen? Ja, spiel mal was. Okay. Also, Fangen wir mal mit Clean Sound vielleicht mal an. So, das ist eigentlich mein Standard Clean Sound. Ich habe den Boost drin, weil ich persönlich so ein bisschen Edge of Breakup mag. Ich kann den jetzt auch ausmachen, dann habe ich halt einen ganz normalen Clean Sound ohne Breakup. Aber das ist halt... Es spielt sich halt auch nicer, finde ich. Gut, vielleicht ein bisschen viel Hall gerade so. Der Hall ist auch da drin und der ist digital. Der ist digital, klar, weil hier rappelt nix. Und man muss aber dazu sagen, für all die Nerds unter euch, natürlich wird ihr analog dazu gemischt. Genau. Das ist... Ich bin der totale... Also, wir haben uns eben gerade auch gemeinsam ein bisschen über die digital, analog, sagen wir mal, puristische... Da gibt es noch ein getrenntes Video zu. Ja. Weil darüber ist jetzt nicht direkt mit... Aber es ist so, ich persönlich versuche alles, was analog geht, zu machen, weil analog keine Latenz hat, weil analog keine Begrenzung hat und so weiter. Ich kenne mich analog gut aus. Habe überhaupt nix gegen digital, weil die Bluebox ist digital, der Hall ist digital. Die Schaltfunktionen im M1 sind digital, weil das einfach besser funktioniert wie so einen alten Fußschalter von Anno dazu mal, wo du deine Kontaktschwierigkeiten hast. Also, ich benutze schon alle Techniken, die zur Verfügung sind und lasse halt von dem, was irgendeine Technik besser kann, das machen. Und hier wird halt einfach der Hall, der digital ist, mit dem Analog-Signal, das Nihi gewandelt wird und nicht angetubelt, voll korristig ist, dazu gemischt. Nennt sich Analog Try-Through. Ah, so. Sehen Sie? Und das machen manche Hersteller von Effektpedalen auch und manche machen es nicht. Und es wäre schön, wenn man das quasi wie bei der Milch-Bio anzeigen würde. Genau. Das würde so viele Probleme reduzieren. Also Kunden haben manchmal Probleme bei meinem M, weil die haben so ein Gerät, wo halt digital dry gemischt wird und dann hast du das Riesenproblem, dass wenn das in einem parallelen Effektweg verschaltet ist, du Phasenprobleme hast. Kann man bei mir umschalten, bei anderen M's manchmal auch. Aber wenn man weiß, wie man damit umgeht, kann man ultimative Ergebnisse erzielen in der Technologie und in der Verbindung von Analog und Digital. Also Digital ist nicht böse. Digital ist geil. Analog ist geil. Best of both worlds. Genau. So, der Hall ist, ich sage mal so ein Möcht-gern-Feder-Hall. Noch nicht so ganz boingy, springy, aber es ist einfach ein Hall, weil wenn er aus ist, fehlt man schon mal. Das ist schon ein bisschen so. Außer für Metal, da ist dann geil. Genau. Krasse. Aber so für allgemein ist es ganz nice, einen Hall zu haben. So, ich habe jetzt die Klangregelung hier mal bewusst auf Mittelstellung gelassen. 5, 5, 5. Warum? Weil ich so den Amp mir gedacht habe. Man kann von dort aus natürlich alles möglich machen. Mitten rein. Mitten raus. Würde ich nie machen. Also mitten raus, nur so ein Mö. Also sagen wir mal so auf 4, 3, 4 reißt schon. Bei meinem nächsten Amp geht das alles gar nicht mehr. Da passieren nur noch wertvolle Sachen. Aber ich sage mal so, reindrehen ist bei meinem Amp kein Problem. Merkt man, dass es immer noch ausgewogen klingt. So, ich kann hier die Höhen anheben. Wird natürlich jetzt schon ein bisschen bissig. Aber und kann sie absenken. Und auch 0 ist bei mir eine eine Okay. Aber das klingt jetzt immer noch nicht kaputt. So, und der Bass kann man hören. Bass ist halt so eine Sache, wie viel Platz man in der Band hat, denke ich. Also ich habe es ganz gern mit ein bisschen, ich weiß nicht, wie du so. Ja, also so viel, wie es dir durchgeht. Ja. Also wie, bevor jemand sagt, ey, du bist Kipassist. Ja, genau, geht mir ähnlich. Deswegen habe ich auch meine Fat Cap und das dicke Schuhmikro. Also, alles, was bei mir so auftaucht. Ich habe ja eine relativ dünne Gitarre. Die Strat hier ist sehr pinzig, stratig, stratig. Und dann habe ich immer, in meinen jungen Jahren hatte ich mal einen dünnen Sound, weil ich so einen Mesa Boogie hatte. Der hat keinen, der hat untenrum zu wenig gehabt. Das war ein Kombo. Und das hat, ja, kenne ich es. Eher so, genau, so mit einem Saxophon-Ton und alles. Und ich habe so gelitten, weil der Sound, das war kein Rock-Sound. Und ich wollte ja immer Rock-Gitarrist sein. Man konnte zwar fiedeln und so, und dann habe ich mir eine 4x12er-Box gekauft und dann habe ich angefangen, den Amp zu modifizieren, nur um mehr untenrum zu bekommen. Und so bin ich quasi durch mein eigenes Leid sensibel geworden auf das Low End. und so mein ganzes Leben gucke ich immer, dass es groß und Low End geht. Das ist so. Sehr geil. Damit wir vielleicht den Unterschied zwischen der Mikroabnahme und dem Blue Gitar mal zeigen können, kannst du vielleicht jetzt mal einen Riff zweimal nacheinander spielen und dann schalte ich in der Software nachher um. Okay. So. Was weiß ich. Okay. Und noch ein anderer Sound. Cool. Was weiß ich. Okay. Okay. Was weiß ich. Okay. 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 Jetzt habt ihr den Unterschied gehört. Das erste war ein Mikrofon und das zweite war die Blue Box. Mit seiner Lieblingsbox. Ja, mit meiner Standardbox. Andere Leute haben andere Lieblingsboxen, aber dafür gibt es 16 in der Blue Box. Es gibt einen Sack voller Marshallboxen, die nennen sich bei mir alle Stack. Also es fängt an mit einer Stack 1965, da sind die Alnico Speakers drin, 15 Watt. Dann kommt die 67, das sind die 20 Watt. Am besten hältst du es auch nochmal in die Kamera, damit ihr Leute es seht. Ja, genau. Also fangen wir nochmal vorne an. Also das erste Stack 65 ist Alnico loaded, 15 Watt Celestian Speaker in der Marshallbox. Dann kommt die 67, das sind die 20 Watt, was der Eddie auch so gern gespielt hat. Dann kommt die 70er, das sind die 25 Watt. Und übrigens nochmal Bass aus einer Bassbox. Also das kommt aus einer 55 Hertz Bassresonanz Marshall Bassbox, die ich immer als Gitarrenbox gespielt habe. Auch mehr Bass als andere. Dann kommt die 71er, das sind so Blackbags, ziemlich kratzige Speaker so a la Scorpions. Die Stack 1980, das ist die klassische Marshallbox, die, wie heißt sie, 1960 mit 75er. Ah ja, die überall in jedem Dings drin ist. Ja, so. Cel 80, das ist eine Metal-Mischung aus irgendeinem 80er-Speaker von Celestian und noch was anderes drin. Metal V30, kennt man halt irgendwie Mesa-Gerrills. Jazz Chorus 120, Jazz 120, Tweet 1x12, das ist mein 57er Tweet Deluxe mit so einem uralt geilen Jensen. Silver 1x12 ist mein Princeton, auch so ein Jensen-Speaker drin. Black 2x12 ist mein Twin mit GBL-Speakers. Sehr mittig, aber auch alles geil. Dann die 2x10er ist ein Blackface Fender Deluxe. Dann kommt der Black 4x10, das ist mein Super-Reverb. Dann kommt der Bull 2x12, das ist mein Fox-AC30. Nano-Cap steht da hinten und Fat-Cap kann man hier auch einstellen. Das ist geil. Also im Prinzip eigentlich alles, was man so klassisch kennt, inklusive den Föksen. Ja, Fox ist auch ein interessanter. Sehr spezieller Sound. Ja, also ich habe Silver Bulldogs, jetzt können wir wieder rumnerden, das sind die gleichen wie Blue Bulldogs. Da ist nur die Kappe Silber. Also die wurden, 1963 ist glaube ich meiner, haben die die Farbe gewechselt, sind aber genau die gleichen Speaker. Ja, krass. Laut Aussage Captain von Guitar Lounge. Ah ja. Also ich bin ja auch so ein bisschen connected mit den ganzen Nerds und ich habe mir oft wenig Gedanken gemacht über, ist das jetzt Original oder so. Was geil klingt, habe ich immer gekauft und dann hinterher sagt einer, das ist das, ja. Und ich so, irgendwie, ich habe so teure Gitarren früher gekauft, als ich Workshops gemacht habe im Musikladen. Was willst du denn da für die 3,35 haben? Oh, ist schon, sagen wir mal, 800 Mark. Und so und heute, es hat eine, ey, das ist, das ist ja, das ist ja eine von 64 mit dem Original und so. Ich so, kann sein, keine Ahnung. Oder hier meine Les Paul, Nils Fink-Eisen, ich weiß nicht, kennst du? Nils Fink-Eisen, äh, Number One spielt bei Krupps und so weiter. Ey, Lugi, du hast doch irgendwie deine, äh, Seriennummer. Das ist eine 68er von den ersten 400, die Gibson damals, äh, nochmal gebaut hat, nachdem die Les Paul eingestellt wurde 1960. Also, äh, nach 60, ne? Gab's eine Lücke bis 68. Und das war eine, die hat Gibson auf die NEM Show damals mitgebracht. Der konnte das alles eruieren. Und ich so, interessant. Und dann hat er gesagt, vielleicht ist das Holz auch noch von 59. Da habe ich gesagt, Alter, ist mir scheißegal. Das ist meine Gitarre, ich habe sie bezahlt. Und sie war nicht so teuer. Ja, das ist manchmal geil. Ja, okay, also das war die Blue Box. Und jetzt zeig doch mal vielleicht, es gibt ja vier Kanäle. Genau, also Clean haben wir im Prinzip schon kurz gehört. Es gibt zu dem Clean-Kanal auch noch seitlich einen sogenannten Custom-Control. Ja, wenn du das in die Box da reinmachst, so eine kleine Box, so ein kleines Vieh-Eck auf dem Bildschirm, dann wird es scharf. Oh ja, jetzt. Okay, danke Kamera. Und hier kann ich jetzt einstellen, ob der Sound, ich mache mal gerade hier so eine. Oder ein bisschen, es ist nicht viel, aber es geht da drum, ich nenne das mal so zwischen Tweet in der Mitte ist Blackface auf Silverface Fender, um zu zu machen. Ich mache mal ein Beispiel, ich glaube, wir werden zu laut, Entschuldigung. So, und dann drehe ich mal in die Mitte. Und dann drehe ich mal voll auf. Es ist quasi das kleine Unterschied zwischen, ich nenne es einfach Tweet Blackface und Silverface. Mal so. Also, ihr könnt auch das Vieh-Eck verschließen. Warte mal. Ja, warte, 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 ich schiebe mal die Kabel so. Ja, genau so. Und es ist mehr als nur Höhen. Also, hinter diesem kleinen Kastenkontroll sitzen quasi zwei Klangregelungen dahinter, die so einen Charakter machen von den Amps und ich blende nur dazwischen, hin und her. Also, es ist nicht nur ein Höhenfilter, der auf den Zug geht, also Muff macht oder so, sondern wirklich noch ein paar andere Nuancen, weil ansonsten verlierst du ja auch was. Das war so die Idee. Gut. Also, das ist so gedacht, dass man das einmal einschült auf seine Gitarre und dann so lässt. Genau. Dass man jetzt ein bisschen fummelig, die Regler. Genau. Also, sowieso. Ich bin, es gibt natürlich diese Fummler im Leben, die wollen alles, immer und noch das und jenes. Ich bin Live-Gitarrist. Ich mag die Nuancen, aber ich muss irgendwann auch meinen Seelenfrieden haben und sagen, das ist mein Sound und so bleibt es. Deswegen ist meine Bluebox mit Gaffa-Tape fixiert. Da stellt keiner mehr was dran rum und meine Custom-Controls stehen so, wie sie immer stehen und ich denke gar nicht mehr drüber nach. Manchmal weiß ich gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. Aber das ist ja okay. Dann habe ich den Vintage-Kanal. Da gibt es keinen Custom-Control für, aber ich zeige mal gerade, was bei dem Vintage-Kanal passiert. Voll aufgedreht ist das für mich halt so die Marshall-Vintage-Abteilung, die quasi AC-DC und naja, die ganzen Marshall-Klassiker-Plexis das Ding lässt sich halt abdrehen. Das kenne ich von meinen, ich bin Marshall-Fan. Also wer mich kennt, weiß, dass bei mir zu Hause mehr Marshalls als Bier rumsteht. Wie viele Marshalls hast du ungefähr? Ich glaube zehn mindestens. Und ich habe noch welche an Freunde verliehen oder so als Dauerleihgabe. Ich habe so ein paar, die sind in der Welt unterwegs. Aber das macht ja nichts, weil ich brauche ja so viel gar nicht. Fällt mir gerade ein, die Boxen, die in einer Blue-Box sind, die hast du alle. Das sind alles deine Boxen. Ja, bis auf zwei. Das wäre schön, die wären meine, aber die gehören einem befreunden Sammler. Aber alle anderen habe ich. Alle anderen habe ich auch wirklich. Und ich kann auch immer wieder den AB-Vergleich machen. Und ja, die leben weiter. Also in der Blue-Box und im echten Leben. Und ich verkaufe sie auch nicht. Also das ist, die Boxen, die ich habe und auch die M's, die ich habe, die haben sich bewährt. Ich habe früher als Studiomusiker immer, sagen wir mal so, den Bedarf an dem Gier gehabt. Und zu meiner Zeit, muss ich sagen, ich bin sehr jung in die Studioszene reingekommen. Mit 17 habe ich schon regelmäßig irgendwie Buchungen gehabt. Gibt es heute gar nicht mehr. Nee, die Szene ist tot. Die gibt es nicht mehr. Ja, leider. Also es ist schade. Aber ich hatte echt, sagen wir mal, ja, und mein Trick war halt immer, ich konnte die Produktion zum guten Sound bringen. Also ich konnte Gitarrenideen machen, ich konnte ein paar Licks einspielen und es hat halt einfach geklungen und dann war es da, die Gitarre war gestimmt, das Timing war okay, die Sounds waren gut. Die wollten ja jetzt nicht irgendwie Malmsteen buchen, sonst hätten sie den angerufen, sondern die haben einen Gitarrist gebraucht, der die Produktion zum Klingen bringt. Und das war mein Job. Und deswegen habe ich auch immer diese M's und Gitarren gleich gekauft, weil ich gemerkt habe, und dann auch so meine Helden Peter Weihe, den hatte ich dann mal damals mit Anfang 20 aufgesucht und dann hat der mir mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Und sofort hatte ich einen AC-30 und ein halbes Jahr später war der auch von Manfred Reckmeier mit dem Peter Weihe-Tuning versehen und so weiter. Und so habe ich eine Sammlung aufgebaut von M's und Gitarren und die haben sich dann halt auch bewährt. Und was ich damals nicht gebraucht habe, ist auch verschwunden, weil, wenn es nicht gebraucht hat, so, aber das, was ich damals bewährt habe, habe ich behalten. Und der Hammer dabei ist, der ganze Scheiß, den ich so früh gekauft habe, ist heute ein Arsch voll Geld wert, womit ich nie gerechnet habe. War mir egal. Also, ich verkaufe... Ja, wahrscheinlich, wenn du das ganze Kram verkaufst, könntest du wahrscheinlich auf eine einsame Insel zur Ruhe setzen. Jo, mich aber nicht. Wäre mir halt so langweilig, ne? Ja, genau. Was soll ich auf der einzelnen Insel? Ich meine, man könne Fahrrad fahren, ne? Ja. Du fährst auch gerne Fahrrad, aber die Insel immer... Nee, das ist dann irgendwann auch langweilig. Klar. Ja, okay. Also, das war der Vintage-Kanal. Ja. Das ist margelig. Gehen wir mal weiter. Aber ich zeige dir mal, ich drehe mal das Gain zurück. Wenn ich den jetzt auf 5 drehe, dann habe ich eher so einen Fox, ne? Dann kann ich so... Sehr geil. Und das ist einfach nur dieser eine Regler. Und da gibt es jetzt noch was, was der Amp machen kann, wenn man eine Zusatzfunktion macht. Also, es gibt ja die Remote. Warte mal, ich... Genau, hinter dir, Lize. Die Remote. Genau, die kannst du einfach mal noch rinhalten. Mal gucken, ob es breit genug ist. Oder hier in die Kamera. Genau, die ist breit genug. Und die Remote ist im Moment leider auch ausverkauft, kommt aber nächstes Jahr wieder. Und mit der kann man halt auch noch ein Second Gain machen. Und das Second Gain macht aus diesem Kanal noch jede Menge andere Schattierungen, weil das die Gain-Struktur im Kanal ändert. Also, das, was jetzt quasi zwischen Marshall und Fox so gerade mal mit einem Dreher passiert ist, kann man mit diesem Second Gain da hinbringen, dass man diese ganzen Boutique-Amps... Ich habe da neulich gehabt... Trainwreck oder... Also, es gibt so abgefahrenes Zeug, die alle sehr, sehr puristisch sind. Also, wo die 3.000 Dollar Special Tweaker-Dings... Das macht der Kanal, wenn man das Gain... Wenn man diesen Punkt findet. Und das geht... Achso, und für die, die jetzt... Ganz aktuell gibt es diese One-Control. Das ist ein Mini-Pedal. Mit dem kann man das halt auch machen. Kann ich ja mal gerade... Wie funktioniert denn das rein technisch? Ich meine, du hast ja... Die Funktionen sind ja alle in dem Teil drin. Die sind ja nicht in der Remote. Die Remote-Remote-Tour. Ganz genau. Und kann man das auch über MIDI ansteuern? Genau. Also, das ist halt so wieder der Spezialo hier. Es gibt eine Fußschalter-Buchse. Steht Foot-Switch dran. Die kann aber drei Sachen. Normale, dumme Fußschalter. Also, Doppelfußschalter. Damit kann man dann Clean-Overdrive und Boost schalten. Die gleiche Buchse erkennt aber unseren MIDI-Adapter. Der MIDI-Adapter hat ein MIDI-Interface im 5-Pol-Gegenstück eingebaut. Also, in den... Das Ding bedenkt jeder. Warum kostet das Scheiß-Kabel 50 Euro? Ja, ganz einfach. Wenn man das mal auseinander nimmt, sieht man, dass da noch acht Bauteile im Stecker verbaut sind. So kleine Opto-Koppler und Scheiß-Dreck. Und das erkennt der Amp selber. Der merkt dann, was da angeschlossen ist. Und der erkennt dann auch zum Beispiel, ob diese One-Control angeschlossen ist oder unsere Sache. Also, das heißt, eine Buchse für drei Funktionen. Das ist unglaublich. Ja, pass auf. Und das Ganze wird auch dadurch noch mit Strom versorgt. Mit einem 2-Pol-Stecker. Ja, das ist ein normales Gitarren- oder Patch-Kabel. So, und auch übrigens die Remote. Die Remote hat hier einfach nur ein Mono-Klinkenkabel. Mono. Warum? Weil ich als Musiker gelitten habe mit Spezialkabel. Stehst auf der Bühne, hast einen Fußschalter und hast irgendwie den 7-Pol-Special-Möcht-Gern-XLR. Ich habe ja mal Bugi gespielt. Und da hatte ich Fußschalter für... Das war ein Bugi-Express. Und ich habe danach ein JP2C gehabt. Und das waren beides Kabel. Und ich dachte, die sind so dick. Die haben irgendwie 1.000 Pole. Das werden schon die gleichen sein. Die machen ja nicht 5... Doch, machen sie. Haben nicht gepasst. Ich habe Riesenkabel, die liegen immer noch da drin. Wenn einer eins braucht, ich weiß nicht genau, welches es ist, schicke ich euch. Zahlt Porto, ich schicke es euch. Und das ist so nervig, diese Spezialkacke. Deswegen danke. Es gibt ja auch andere Firmen, die das machen, wo dann mittlerweile ganz viele Fußschalter über XLR macht. Pro Stage haben es als erstes gemacht. Die lilanen Teile vom Lucas, sehr geiles Zeug übrigens. Genau. Und dann Fractal hat es jetzt auch dann irgendwann... Keine Ahnung, ob sie es da geklaut haben. Vielleicht, ja. Aber das ist halt schon viel geiler als irgendein MIDI-Kabel. Und dann noch mit Phantom-Power. So ein Pain in the Ass. Ja, genau. Also ich bin halt, als Live-Mucker kenne ich den Leidensdruck, wenn du irgendwo bist und du hast was nicht. Deswegen, also sagen wir mal so, ein Gitarrenkabel kann man noch notfalls hoffentlich vom Bassisten oder sonst wo auftreiben. Aber wenn du so irgendein Spezialding hast, du bist verloren. Du kriegst es einfach nicht, bevor der Gig losgeht. Genau. Das ist einfach unmöglich. Das ist nur Stress. Deswegen versuche ich immer, auf solche Standards zu gehen. Also je tiefer der Standard, umso besser die Lösung. Ja, deswegen hasse ich auch Netzteile. Vor allem, wenn sie nicht 9 Volt sind. 9 Volt Netzteil findest du unter Musikern teilweise noch. Aber wenn du dann auf einmal so 18 Volt Kacke hast oder noch AC-AC oder und das Ding ist kaputt, was du hast und du hast keinen Ersatz. Die meisten haben keinen Ersatz. Natürlich nicht. Ja, das ist das deswegen. Wenn ich ein Gerät ziehe, was ein Kaltgeräteanschluss hat, sage ich direkt schon, ja, genau so. Ja, genau. Ja, pass auf. Ich zeige jetzt mal gerade hier. Wir waren eben bei Vintage vollauf, quasi so wie er war. So, ich drehe mal hier alles vollauf, damit man das nur hören kann. So, äh, der Marshalleske Sound. So, jetzt gehe ich hier und drehe mal das Second Gain auf halb. Hier ist immer geblieben, ne? Ich drehe es mal auf Minimum. So, jetzt kann ich natürlich auch damit spielen. Ich kann hier ein bisschen runtergehen. Und hier nochmal hochgehen. Pass mal auf. Wir machen das mal so. Oder so. Oder ich nehme den Booster zu. Also, ich kann nicht nur... Und wir spielen hier bei... Zimmerlautstärkung. Ja. Das ist halt das Besondere. Ich habe quasi diesen... Wie so ein Vollröhren-Boutique-Amp mit bla bla bla. Und wir unterhalten uns dabei, als wäre nichts. Ja. Und es klingt wirklich röhrig. Ich meine, ich habe hier sieben Röhren-Amp stehen. Genau. Ich weiß, den Röhren am klingt. So. Und das... Das so zu meinem Vintage-Kanal. Der auch für mich... Wie soll man sagen? Ein zentraler Kanal ist. Also, ich persönlich spiele 80% auf dem Vintage-Kanal und mache alles mit dem Volume. Aber das bin ich. Was macht denn der Fußschalter bei dem Pedal jetzt? Im Moment noch gar nichts. Aber jetzt kommt es... Oh, wow, wow. Ich kann das Ding programmieren. Und zwar könnte ich mir hier abspeichern, einen roten und einen blauen Sound mit individuellem Gain und Master-Lautstärke. Ich kann quasi einen Second Master bauen und kann gleichzeitig das Gain noch anpassen. Ich habe gestern so einen Friedman B.O.D. Top-Pedal gehabt. Der hat diese zwei... Ah, genau, hier. Dave Friedman. Geiles Pedal. Geiles Pedal, genau. Und der Amp, wo das Pedal abgeleitet ist, der hat quasi in dem heiligen Brown-Eye-Channel hat der quasi zwei Gain-Regler und zwei Master-Regler. Dann kannst du quasi einen Rhythmus-Gain und Rhythmus-Lautstärke einstellen. Du kannst auch gleiches Gain einstellen, nur Lautstärke-Unterschiede oder nur Gain-Unterschiede oder irgendwas. Und das Gleiche geht hier auch. Du hast hier Gain und Master und kannst dann zum Beispiel sagen, ich hätte gerne einen Rhythmus-Sound, der ist so laut und hat ein bisschen weniger Gain, damit ich ein bisschen trockener bin und hat ein bisschen mehr Gain. Und das kannst du hier abspeichern auf die internen Werte. Und das, wie speichert man das ab? Dann hält man lang gedrückt oder wie ist das? Willst du es wissen? Ja, weil irgendwie ist es hier so ein kleines. Pass auf. Ich sage jetzt einfach, ich hätte gerne das wenige hier und hier machen wir mal volle die Suppe. Nur so. Jetzt drücke ich hier, warte bis es blinkt und dann speichere ich es drauf ab. Jetzt gehe ich hin und drehe das Ding voll auf, nur damit man einen Unterschied hört. und speichere es auf den blauen. Es gibt blau und rot und wenn lila ist, dann hast du was editiert. Genau. Smart. Also, das ist nur eine Dual-LED, mehr gibt es nicht, aber wir haben zwei Farben. Lila heißt, du hast was verstellt und jetzt weißt du halt, ich bin blau oder in rot. So, und so kann ich mir jetzt hier diese zwei Sachen abstellen. Das Pedal hier kann noch mehr, das kann auch noch das Power-Sog reden, Endstufe, haben wir vorhin auch drüber geredet. Bei mir arbeitet die Nanotube in der Endstufe, aber das ist mehr als nur die reine Röhre. Also, die Leute denken immer, er hat ja eine Röhre und das ist alles, die Röhre macht alles. Das stimmt ja gar nicht, weil, guck mal, was wir jetzt aus dem Pre-Amp raus gemacht haben, allein nur mit diesen Einstellungen und es klingt so röhrig, das hat was damit zu tun, dass ich eine Transistor- oder Analogschaltung habe, die das tut, was Röhren-Pre-Amps tun und mehr und sogar mehr, weil ich habe natürlich als Vintage-Fan auch analysiert, dass wenn man so ein Vintage-Amp auftritt und dann hier zum Beispiel da kommt so ein das ist so ein Pumpen. Das kommt eigentlich, wenn man so ein Röhren-Amp ein bisschen auftritt. Marshalls zum Beispiel, wenn man Marshalls auf Zimmerlautsstärke spielt und die Endstufe kalt ist und das ist so hart, da machen die gar keinen Spaß. Die muss man aufdrehen und wenn man die so ein bisschen in die Knie zwingt, dann kommt so ein Marshall für mich zum Leben und das weiß ich natürlich. Ja, ich habe hier einen Studio-Plexi und der klingt nur auf 8. Siehst du? Also auf 10 ist das schon ein bisschen zu viel. Ja, ja klar. Auf 8 klingt er geil. Genau. Und das ist aber, also der hat 20 Watt, aber der ist schon so laut mit 20 Watt, den könnte ich noch nicht mal in der Garage mit, also da würden schon die Nachbarn sagen, nee, geht nicht und es geht nur mit Attenuator. Ich habe hier einen richtig heißen Attenuator, der wird auch richtig heiß, wenn ich das, wenn ich das verankehre. Der Giant, Super-Teil. Super-Teil. Und anders kannst du diesen Marshall nicht spielen. Genau. Und das ist halt hier nicht, weil, so wie ich das sehe, diese Nanotube macht Sound und danach gehst du in den DI-Out, richtig? Für die Blue-Box? Ich gehe, ne, warte auf, ich gehe, ich gehe noch, die Blue-Box hängt am Lautsprecherausgang. Also das heißt, weil nach der Nanotube passieren noch andere Phänomene in der Endstufe, dass der große Unterschied zwischen meiner Endstufe, die Class-D-Technologie verwendet und der typischen Class-D-Endstufe, die ich von anderen Herstellern kenne, ist, dass ich das mit jemand entwickelt habe, dem ich gesagt habe und der auch versteht, was in einem Vollröhren-Endstufe passiert und der hat eine Class-D-Endstufe entwickelt, die quasi nur Class-D-Technologie und Bauteile verwendet, aber genau das macht, was eine Röhren-Endstufe macht und das kann ich mit dem Power-Sook beweisen. Achtung, jetzt kommt der Beweis. Was wir jetzt gehört haben, bis jetzt, ist eigentlich alles schon nur im Pre-Amp und ich persönlich brauche dieses Power-Sook gar nicht, aber ich zeige euch mal, was in der Endstufe passiert, wenn ich das noch nutze. So, wir sind ja hier auf ganz kleiner Lautstärke. Auf 2 von 10 sind wir ungefähr. 1,8 oder sowas. 1, sonst was. Und der Regler ist bei mir Exponential. Das heißt, also hier kann man schön zu Hause regeln und ab 5 ist man auf der Bühne oder ab 3 sogar schon und dann nach hinten kommt der Kickdown. Also, Vorsicht, liebe Lautsprecher, es wird gefährlich ab 6. Aber dann gibt es auch Ansage. Weil das Ding kann mit dem 100er Marshall mithalten. Also für die Momente im Leben, wo man das mal braucht, ist es da. Meistens nicht, aber ja. Genau, meistens nicht, aber ich habe neulich bei Rodger Monotons mitspielen dürfen und das Vergnügen gehabt, den Original Roy-Amp zu spielen und ich habe einfach das gemacht, was man früher gemacht hat, voll aufgedreht, kein Pedal. Ich habe noch gedacht, ich muss Pedale benutzen, weißt du was? Ich habe es genauso gemacht, wie der Ali und der Raimund, das früher gemacht hat, reingesteckt, aufgedreht und wenn es zu laut war, sich neben die Box gestellt. Weil vor der Box habe ich selber auch nicht mehr ausgehalten. Das Gute war, der Micha kannte die Band seit 45 Jahren. Das war das Jubiläum von Rodger Monotons und für den war das völlig in Ordnung. Das darf man sonst nirgendwo mehr. Aber es war ein Erlebnis und ich kann dir sagen, so eine scheiß kleine Stratt wie die hier, wenn so ein Amp richtig aufreißt, ist alles da, was du brauchst. Da ist auch Gain da. Da ist Sustain da, da sind die Luftmoleküle, die tanzen. Also es ist schon ein physisches Erlebnis. Okay. Power Soak. Power Soak. Pass auf. Ich habe jetzt hier, sagen wir mal den Sound, wie ich ihn gerade eingestellt habe. Jetzt drehe ich hier dran zurück und jetzt gibt es bei der Einstellung noch gar nichts, weil wir haben hier, keine Ahnung, noch kein Watt. Wir haben noch, wir sind noch bei 100, 200 Milliwatt oder irgendwas. Also dem großen nix. Und der Bereich von Mitte bis Ende ist quasi von 7 Watt Stage. Also 7 Watt, du redest von 20, scheiße ist schon zu laut. Ja. Ich habe mich entschieden, 7 ist der Beginn von Bühnentauglichkeit bis 100. Und zwar frei skalierbar und danach geht es, wenn ich zurückdrehe, in den Home Mode. Und dann macht es einen kleinen Knack. So. Und jetzt sind wir leise. Und es zerrt mehr. Und es zerrt mehr. So. Ich muss eins dazu sagen, der Stage Mode, wenn es da lauter ist, ist 100% Soundneutral. Wie du selber auch weißt, ist es ja so, die ganzen Power Soaks unterscheiden sich eigentlich, was sie mit den M's machen. Viele kastrieren die M's. Und der Freyett macht es am wenigsten. Sau geiles Teil. Und das ist so, alles, was hier auf Stage Mode ist, ist 100% sagen wir mal unangetastet und skaliert nur die Leistung der Endstufe runter. Damit es so klingt, als ob es so voll aufgerissen wäre. Jetzt kann ich hier mal runterregeln. Pass mal auf, wo man jetzt unter dem... Also hier ist dieser Bereich. Jetzt regle ich mal auf 2 Watt. So. 2 Watt Begrenzung. Und jetzt gehe ich mal hier hin und drehe mal die Endstufe auf. Immer noch. Das ist eventuell verzerrt jetzt hier. Das ist zu viel. Okay. Deswegen muss ich den Regler jetzt mal auf unsere Zimmerlautstärke runterregeln. 150 Milli Watt. Jetzt pumpe ich natürlich hier einen Arsch voll Leistung in die Endstufe rein. Ich drehe das Ding mal auf. Wo geht denn die Hitze hin, die eigentlich jetzt produziert? Keine. Das ist... Pass auf. Ich weiß doch... Guck mal. So ein Röhrenamp, der hat so 200 PS Motor oder 100 Watt. So. Das Ding geht auf Vollgas. Hinten dran hängst du Widerstände, die dann quasi... Handbremse angezogen, Vorderradantrieb, Vollgas und hinten Handbremse. Das ist die klassische Sache. Bei mir ist es so, ich skaliere den Effekt der Endstufenleistung in meiner Endstufe selbst und erzeuge gar nicht die Verlustleistung. Also ich mache den Sound von einer übersteuerten Endstufe ohne die Leistung zu erzeugen und dann zu verbraten. Ich... Verstehen Sie? Ja. Ich verstehe das, aber das ist schon krass, dass das sonst niemand so macht. Du, es ist... Für mich ist es eigentlich völlig logisch. Ich weiß ja, was ich hören will und das hört man ja hier auch und das arbeitet auch immer im Amp One. Bei jeder Lautstärke passiert das und das ist halt hiermit skalierbar. Das macht auch den Unterschied, warum so ein Amp One sich anfühlt wie ein Röhrenamp, weil das, was hier passiert, habe ich jetzt nur mal krass ausgefahren, ist aber immer präsent, als wäre es ein Röhrenamp. Das ist so... Ich mache das halt schon lange und ich will das halt auch haben. Also das ist... Das Problem ist, wenn ein normaler Techniker so etwas entwickelt, warum... Der ist doch froh, wenn da so ein paar geile Sounds rauskommen, die vom Produktmanager beschrieben worden sind. Mach mal hier den... Keine Ahnung. Marshall Vox, 5150, Soldano und noch ein Fender, zwei Fender und dann bist du schon mal ganz gut. Genau. Und ob das dann, sagen wir mal so, wenn das dann einen Aspekt von dem Amp abbildet, sind die dann fertig und durch. Ist ja auch okay. Kann ja auch der Aspekt sein, der alle glücklich macht und uns gut. Ich bin halt gewohnt, Amps aus der Studiozeit immer wieder zu tweaken und zu machen, ein bisschen lauter. Und ich weiß halt, im Studio das Ganze auszureizen. Hier ein bisschen Endstufe dabei, also in den Punkt der Sättigung zu kommen, da ein bisschen weniger, da ein bisschen mehr und dann entstehen diese Sounds, wo du sagst, guck mal, die Produktion, schiebst das Ding hoch und die Gitarre ist... Das ist die amtliche Gitarre. Und das hat mir die Jobs gebracht, damals schon als 17, 18, 20-Jähriger. Ich habe damals halt die Amps aufgedreht und ich habe im Studio gestanden, ich hatte einen 100er Marschall und irgendwann war ich so am Spielen. Das Ding hatte kein Mastervolumen, es war halt fucking laut, die Tür war zu und irgendwann habe ich gedacht, naja, jetzt wird es ein bisschen leiser. Dann drehe ich mich rum, durch die Scheibe habe ich nur noch Rauch gesehen. Also ich habe die Amps richtig rangenommen. Das war... Aber ich war da und ich weiß halt, was passiert zwischen, wie du sagst, hier bei 20 Watt... Ich habe das früher mit 100 Watt-Amps gemacht, weil da gab es noch nicht die 20 Watt-Marshalls. Da gab es nur Plexi 50 oder 100 und was anderes war, du hast aus dem 100er zwei Röhren rausgenommen, um ein 50er draus zu machen. Aber... Ja, krass. Also analog und trotzdem alles, was man normalerweise nur von so Sachen wie ein Exifix kennt. Genau. Weil da kannst du ja auch so Geschichten veranstalten. Ja, also die Exifix-Effekts-Jungs, die sind ja auch, sagen wir mal, von dem Virus der guten Röhren-Sounds gebissen. So. Und das ist... Da macht man sich Gedanken drüber. Jetzt ist es so, viele Leute, für die ist das auch schon ein bisschen viel, sowohl bei mir als auch bei Fractal, weil das hat was mit Entwickler-Mindset zu tun. Also ich bin halt... Ich höre ein Amp, ich weiß, was da passiert. Ich kann auch schon ein bisschen Schallplan lesen und im Kopf ist mir schon klar. Ja, die meisten Leute steigen jetzt wahrscheinlich eh aus, deswegen vielleicht sollten wir lieber nochmal die Sounds zeigen, damit die die anderen Sounds noch hören. Genau. Also pass auf, ich drehe mal das Ding jetzt hier von 10 nochmal auf Zimmerlautsteigen, damit wir nicht hier aus der Wohnung fliegen. So, und dann mache ich das Power. Weißt du was, ich ziehe das Ding einfach mal weg. Man hat den Effekt gesehen, dass der Amp One quasi tweakbar ist mit sowas oder anderen Mitteln. Geht auch über MIDI, geht auch über die Remote One oder dieses Control One Paddle. Ich kann das immer nur nicht glauben, dass du jetzt irgendwie den Monoklinkenkabel verbunden hast und dass drei Regler und ein Schalter darüber gelaufen sind. Das ist mir jetzt so irgendwie so ein leichter Error im Kopf, aber ich will es auch gar nicht genau wissen, warum das geht. Ich kann das erklären. Das ist ein Digitalsignal, ne? Ja, aber es ist, sagen wir so, es wird eine Spannung auf das Kabel gegeben, die steuert ja auch die LEDs an. Und über den Spannungsabfall kann ich erkennen, was dran ist. Für einen Techniker eine einfache Sache. Ja, dass der das erkennen kann, was dran ist, ist der eine Sache, dass du drei Regler getrennt an das Ding schicken kannst über das Klinkenkabel. Das ist das, was mich... Altes Morse-Alphabet. Also wer schon mal gemorst hat, hat auf einer Spannung ein Signal implementiert. Und das ist so, die Betriebsspannung, die da anliegt und die wird dann abgesenkt durch die Steuerspannung, was eigentlich ein serielles Protokoll ist, wie MIDI. aber die Betriebsspannung, die da über diese Buchse übertragen wird, die LEDs, die wird moduliert. Und das ist die Information. Okay, dabei belassen wir es, weil ich glaube, die Leute steigen aus jetzt. Aber okay, ich löse ja die Probleme nur, damit es andere nicht haben. Du steckst rein und es geht. Kein MIDI machen muss, sondern einfach ein Klingenkabel hat, was überall rumfliegt. Genau. So, das ist so dein... Okay, das war eine Vintage, aber jetzt aufgezeigt. Das hört sich jetzt in die Anu-Win-Halen. Genau. Ja. Und das schon mit der Strat. So, jetzt habe ich hier zwei Möglichkeiten. Nochmal der interne Boost, der ist auch regelbar. Ich drehe mal gerade. Achso, hier. Der gilt wie ein Boost-Pedal für alle Kanäle. Quasi als wäre es vorgestalteter Booster. Vorne dran, ne? Vorne dran, genau. Hinten dran geht's nicht. Ne. und da passiert Folgendes. Also, hier ist ein bisschen was, machst du ein bisschen und dann wird er auch dicker, wenn ich aufdrehe. Als Strat-Spieler liebe ich das, weil ich dann auf einmal dieses Also, da sind keine Humbucker und das ist alles... Ganz normale Strat-Single-Kurz. Ne? Und dann hat er dann gibt es hier nochmal den Side-Custom-Control. wir haben ja den Side-Even-Single-Rat. Ja. Auch hier nur kleine Unterschiede. Also voll aufgedreht ist es ein bisschen spratzliger. Okay. Andere Seite. Und alles dazwischen. Damit kann man halt, ohne dass man jetzt die Klangregelung überhaupt jemals angefasst hat, dem Grundsound einen anderen Charakter geben. Bin ich halt eher der 80s-Typ, der 70s-Typ oder was auch immer in dem Kanal. So. Dann geht es weiter im Modern-Kanal. Ciao. Ja, also und den kann man dann auch nochmal drehen von Was war da der Vorbild für den Kanal? SLO-100 auf der einen Seite, also hier ins Zentrum gesetzt. Also hier sind wir eben Modern. Der ist jetzt hier, warte mal, wo ist immer Ton zugedreht? Genau, das war und dann die andere Seite ist Ton voll auf. Der ist ein bisschen Das tut Hamburgern ganz gut, also wenn man wenn man den auftritt. Deswegen ja Genau, vielleicht gerade nochmal ganz kurz mit der S4 ist Ja, gerne. Genau, weil die liegt da. Die liegt da. Die Geile. Genau, die Geile, du Geile, du So, Strath kommt da hin Also, für die Freunde der Les Paul ich habe so eine so eine Regel und sage dann immer ich zeige es mal gerade noch Die ist schon relativ dick auch wenn ich jetzt die gleichen Einstellungen der Strath habe deswegen ist mein Tipp geht einfach ein paar Einstellungen runter für den Les Paul Dann hat die mehr Platz zum Atmen weil ich will die Preamps quasi mehr verdichten damit die dünnen Strath-Tone immer dicker werden und wenn ich hier ein bisschen zurückdrehe Erklär mal kurz Volume Gain Master Also Master ist einfach die Lautstärke Genau Der Endstufe Der Endstufe So Dann gibt es Volume Das ist das reine Clean Volume Und dann Nur für den Clean Kanal Nur für den Clean Kanal Okay Weil hier passieren auch die Sounds Also wenn ich jetzt hier zurückgehe dann habe ich halt hier Und dann habe ich halt hier Nicht so laut Gerade noch so Okay Ich drehe meinen Master ein bisschen runter Also das ist quasi der aufgedrehte Fender Amb Und der Fender Amb hat ja kein Master Und ich mag halt auch diese Also das ist jetzt der übersteuerte Kling Kanal Nur mal so Also da denke ich wieder als Amp Mensch und nicht als Clean ist jetzt mein Clean Sound Sondern ich denke Fender Amp Den kann ich natürlich Clean einstellen Dann muss ich halt nur abdrehen Und dann habe ich meinen Standard Wo ein Fender Jetzt kurze Frage Wenn du jetzt Gain und Master beim verzerrten Kanal hast Beeinflusst Master den Sound oder ist das nur eine lautstärke Angleichung damit du den Volumen von dem Fender so aufdrehen kannst wie du es Bock drauf hast Ganz genau Das ist der Punkt Also der Master hier ist soundneutral Der Gain macht Sound Und der Clean Volume macht auch Sound Okay So das ist wichtig Das brauchst du halt zum Angleichen Und damit man auch alle vier Kanäle nutzen kann haben die hier auch noch eigene Volumes Das heißt ich kann dann das so machen dass ich wenn ich zum Beispiel sage ich hätte gerne den Vintage Kanal ähm laut oder den Classic Kanal lauter als den Vintage Kanal dann kann ich habe ich einen Lautstärkeregler für den Classic und für den Modernen dann kann ich die untereinander nochmal angleichen Das ist eine Möglichkeit Du kannst aber auch deine Einstellung in diesen Fußschalter programmieren weil die Fußschalter sind ähm das kann ich hier alles in die internen Fußschalter abspeichern Aber keine Lautstärken Keine Lautstärken Alles klar Da sind hinten die Regler für Genau Was ja auch einfacher ist und du kannst es dann schneller angleichen Wenn du jetzt merkst der Lead Sound ist heute Abend irgendwie zu leise gehst du hin an den kleinen Regler und wir müssen aufpassen dass wir jetzt hier in den Saal nicht verfallen weil Ajo Ähm Ja Die Leute werden wahrscheinlich von einiges drunter geschrieben haben wenn sie so lange überhaupt geblieben sind wir sind bei fast einer Stunde ne wir sind bei über einer Stunde Das ist normal Ja wunderbar Aber pass auf ich spiel mal noch gerade den Vintage-Kanal mit der Gitarre da müssen sie schon noch schnell durchmachen weil das ist nämlich auch geil Genau Ne Ne Okay kriegt man ein Bild dann geh ich mal auf äh Bei Zimmerlautstärke das Ding koppelt Ja Ist schon Wahnsinn Ja Das ist das Ergebnis meines puristischen Ansatzes Verstehst du Weil also sagen wir ich ich sage immer es gibt viele Wege nach Rom und es ist manche Sachen sind halt äh wie soll man sagen das das mag ich halt an der Analogtechnik ich habe keinerlei Wandlung ich habe keine Latenz ich habe keine Frequenzbeschneidung außer es sind gewollt das ist 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 wie Bio das ist halt natürlich gewachsen oder äh so ich habe selbst ein Digital-App entwickelt der auch da versucht dran zu kommen und ich weiß wie viele Stunden man da tweaken muss die Jungs heute sind weiter ist alles gut aber ich habe hohen Respekt davor wenn jemand Digital-Sounds wirklich zum Leben erweckt bekommt ne Kudos To Freckel und ein paar andere ähm weil ich weiß du hast halt beschränkte äh Frequenzbereiche du hast beschränkte Dynamikbereiche es gibt einfach systemisch bedingte Grenzen und das die Ressourcen richtig zu nutzen bringt auch gute Ergebnisse ne aber halbkare Sachen so und da gibt es natürlich viel Wahrheiten Halbwahrheiten auf beiden Seiten und Bullshit ich liebe alle Arten von Technik ähm ich will nur sagen hier sieht man dass ich mit meinem Weg an das musikalische Ziel gekommen bin um das es mir geht und dass die Kiste meine Amps-Sammlung äh mit 1,2 Kilo im Gigback ist ja also das muss ich als letztes was mich am meisten überrascht bei dem Teil ist wenn du jetzt wenn ich mir das jetzt hier anhöre und denke boah krass und dann habe ich so eine Vorstellung wie viel das Ding wiegt ja und dann hebe ich es hoch ich hätte jetzt so geschätzt das wiegt so 6-7 Kilo ja also es ist schon es ist klein und nur handlich und dann hebst du es hoch und denkst ja okay das merkst du aber das wiegt weniger als mein MacBook Air ja also es ist sogar fast weniger als das Ding als ein iPad ja das Ding wiegt wie viel 1,2 Kilo ja das müsste ungefähr passen ja also ich bin das ist vielleicht so 900 Gramm ja genau aber es ist so und das ist auch das Interessante weil ich auch schon damals als ich den Amp konstruiert habe gewusst habe was ich von dem Ding will ich will den ins Geek Bag stecken ich will dass ich das Ding immer dabei habe ich habe als Studiomusiker zweimal in London Studio Jobs gemacht und ich konnte nicht mit mit den Sachen fliegen damals war Fliegen halt noch was exklusiveres wie heute und dann hatte ich halt irgendwelche Paddles und du hast halt irgendwas nie dabei so mit dem Ding gehe ich irgendwo auf der Welt in ein Studio und ich ich brauche kein schlechtes Gewissen zu haben also wenn ich es damit nicht hinkriege kann ich keine Gitarre spielen sage ich zu mir selbst ja ne und das war mein Ansatz und ich habe halt gesagt fucking ich habe extra ein Aluminium Oberteil aber wenn man sieht ist das ja ausgespart ne und das ist so dass du kannst dich ja oben draufstellen die Gummifüße werden im Maximalanschlag so platt gedrückt dass das Alu dann auf dem Boden aufsitzt das heißt du kannst auf das Gerät quasi laufen man sollte nicht drauf springen wegen den Reglern ja wegen den Reglern aber du kannst dich hier auf die Seiten und oben kannst dich draufstellen passiert nichts und der Unterteil ist Kunststoff Plastik aber wenn man das ordentlich konstruiert kann man überall fucking Gewicht sparen und das sind also ich sehe das halt für mich ist so ein Produktdesign halt mehr als das alles und am Anfang haben die mich alle ausgelacht und haben gesagt ja jetzt macht er noch seine eigene Schalter und seine eigene Knöpfe und so weiter ich habe 80.000 in Werkzeuge investiert um das zu haben ich habe gesagt ich mache das einmal richtig und dann habe ich es für immer ne und das ist meine Philosophie klar ich entwickle mich auch weiter aber das Ding ist halt ich spiele immer noch damit gibt es irgendwann ein Amp2 oder ist das dann direkt der AmpX es gibt einen AmpX der kommt als nächstes so und Amp2 gibt es bei mir eigentlich nicht weil pass auf ich versuche es mal so philosophisch zu erklären der Amp1 ist quasi ein 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 Folgeprodukt aus meiner Sicht der Vollröhren Amps also das das hat lebt den Geiste deines Refs oder eines Freedmans oder eines Boutique Röhren Amps in der kleinen Schachtelformat mit der mit dem ganzen Mindset ich habe jetzt hier irgendwie so ein Amp und ich habe einen Hall drin und habe noch einen Boost Schalter so aber ich bin jetzt nicht die Vollausstattung so dort wo Röhren Amps leben lebt das Ding halt auch sieht halt nur fucking anders aus so dann gibt es für mich als nächsten Schritt die sagen wir mal ich habe eine Komplettlösung mit allen Sachen die man heute kennt sprich Effekte vorgeschaltet nachgeschaltet Stereo Mono also alles was man heute so kennt und das ist der AmpX und deswegen sage ich immer so nicht jeder braucht so ein AmpX weil es gibt Leute die spielen einfach einen normalen Gitarrenverstärker und das gibt es hier deswegen wird das auch als Format weiter bleiben vielleicht mache ich mal ein Ding aber das wird die gleiche das wird genauso weil das was mir jetzt so direkt in den Kopf kommt wenn ich das jetzt hier so stehen sehe die Sachen die hier zusammenstehen wenn jetzt einfach noch die Blue Box in dem Ding drin wäre das wird es irgendwann mal geben in einer Mark 2 Version ich musste halt die Firma Blue Guitar mit irgendwas aufbauen und ich habe mit Amp1 angefangen der Recording Out klingt übrigens auch sehr gut ist halt nur eine Box aber man will ja auch seine eigenen machen ich bin also ich das bin Erfolg bei deinem Ding natürlich denke ich weiter und sage mir lass mich erstmal den X machen an dem X mache ich die Forschungsarbeit für den Next Level und dann kann ich aus den Sachen die ich für den AmpX entwickelt habe später nochmal was auf den Amp1 Mark II runterpreisen aber da sprechen wir drei, vier Jahre mindestens ja also das ist ja schon unfassbar was ist das Ding UVP 700 paar gequetschte 69 glaube ich oder so also das ist verdammt krass für das was da alles drin ist ich meine vier Kanal Amp ja und ganz kurze Frage noch den Gain Regler der ist für die drei Modern Classic und Vintage und der speichert nicht das ist ein fester Regler das ist ein fester Regler aber mit dem One Control kannst du da ja kann ich mit dem One Control ich kann es auch in den Amp schreiben das ist das Interessante es gibt also nochmal einen zusätzlichen Volume praktisch ne ich kann zum Beispiel sagen ich hätte den Vintage sag mal so wenn ich die One Control nicht mitnehmen will weil mir ich will nur den Amp und sonst gar nichts kann ich hingehen und kann von der One Control einen Wert senden den ich jedem Kanal zuordnen kann und dann ist das so das nennt man den Low Gain Mode im Amp One ok das heißt aber da ist auch noch eine digitale Kontrolle für eine Volume drin in dem Gerät also es ist nicht nur der physische Regler Gain sondern es ist nochmal eine digitale Kontrolle drin das heißt man hat nicht wenn einem jetzt der Vintage auf 5 gefällt und der Modern auf 10 kann man das trotzdem machen ok das wollte ich nur wissen alles klar und das gibt es also ich nenne das Second Gain das gilt für die beiden und es gibt es auch für Second Master hier und das Power Sook das sind die Sachen die intern verbaut sind die aber ansteuerbar sind aus extern und die können aber auch weil da ist ein kleiner Mikrocontroller drin das kann er sich gerade noch merken gut ja ich glaube Thomas das ist glaube ich das allererste Equipment Video bei mir das über eine Stunde geht aber man muss ja alles zeigen jetzt haben wir halt die Blue Box die ja einfach dazugehört auch direkt mitgezeigt und jeder sieht jetzt dass er wahrscheinlich mit der Remote wirklich alles machen kann was er sich vorstellt oder mit dem One Control das hätte ich also wenn ich jetzt das Ding live spielen würde hätte ich wahrscheinlich die One Control direkt dazu für mir den Solo Sound zu geben ja klar also ich löse es so dass ich mir einen anderen Kanal nehme für den Solo Sound das heißt ich gehe zum Beispiel auf Classic für meinen Solo ich habe zwei Solo Sounds ich habe den Modern und den Classic als verschiedene Solo Sounds ich habe den Vintage auch als Rhythmus und Solo Sounds aber das ist ein Weg wie man es machen kann mit der Remote kannst du alles machen und übrigens apropos jetzt ist der Bluey völlig durchgeknallt so ein Remote hat an der Seite auch noch die Erweiterungsmöglichkeit für ein Looper Kit da kann man Paddles mit switchen das heißt ich kann hier programmieren mit Looper meint der Thomas jetzt eine Loop Switcher nicht das was die Sounds wiederholt genau sondern dass du Effektgeräte an und aus schalten kannst Schalter also quasi Effekt Loops und das Ding ist halt auch puristisch aufgebaut ich da kannst du deinen heiligen Tube Scream und das gibt es schon das gibt es alles also das ist ein Loop Erweiterungskit da kannst du wie viele Effekte kann das steuern das kann vier Loops schalten das ist ja also du könntest jetzt nehmen wir an wir haben jetzt hier so ein das ist nicht angeschlossen genau wir haben jetzt hier so ein Boss Super Overdrive ja und das Ding ist dann nicht True Bypass also nicht der heilige Kraft es hat einen Buffer drin es ist trotzdem analog aber es hat einen Buffer drin manche mögen das nicht manche sagen das verwotzt den Sound ist egal ob da können wir jetzt darüber diskutieren oder ja oder nein das setzt du dann in diesen Lupen das kannst du komplett aus der Signalkette rausnehmen und wieder reinsetzen oder auch ein Digital Delay ja oder sowas deswegen das geht zurück auf dieses ich nenne das mal skalierbares System also entweder spielst du das puristisch und wenig oder das ist ja wie die Röhren-M-Spieler heute da kommen sie mit ihrem Paddleboard an manchmal sind die Paddleboards ja größer als das Cockpit bei der Boeing ich kenne Leute die haben 7000 Euro Paddleboard ja so und ich versuche da so sagen wir die Optionen anzubieten also es gibt bei mir Lösungen dafür natürlich gibt es auch Fremdlösungen du kannst ja auch irgendwie ein MIDI-Pedal mit integrierten Loop-Pedal-Switcher von Geek-Rig oder was weiß ich ich hab hier irgendwie so von Morningstar so ein Switch-Pedal die sind ja auch teuer die Dinger klar aber ich sag mal so insofern das Ding ist quasi das Zentrum einer Anlage und die kann wirklich es gibt Leute die spielen echt auch nur zwei Kanäle damit warum die haben früher nicht mehr gebraucht warum brauchen sie heute mehr es gibt wahrscheinlich Leute die spielen nur den Vintage-Kanal nur den Fender-Kanal und machen einfach ihre Pedals vorhin dran ich meine hier gibt es Leute wie Wishbone Ash die mit zwei Gitarristen unterwegs sind und Andy Paul oder so der spielt einen Kanal da hab ich ihm dann die Pedals die er auf dem Board hat mit den anderen Kanälen machen und hat er gesagt oh ich glaub das klingt sogar besser vielleicht lass ich meine Pedals mal zu Hause der war am Anfang der hat einen Orange Amps sonst gespielt der auch nur ein Kanaler ist hat den ersetzt durch das Ding mittlerweile sind die Orange Amps immer noch auf der Bühne weil sie cool aussehen aber es steckt kein Kabel drin also ich könnte mir jetzt vorstellen wenn ich das Ding live spielen würde würde ich wahrscheinlich den Clean-Kanal benutzen und den Modern-Kanal in zwei Lautstärken und ansonsten würde ich mir ein digitales Delay und ein digitales Reverb eventuell war das eigentlich reichstes Reverb und würde mir noch ein Chorus und dann bist du fertig und dann bin ich fertig oder vielleicht noch ein Kompressor kann man machen aber vielleicht muss nicht unbedingt also wenn man wenn man das so richtig abgleicht kommst du auch auf den ja manchmal ist ein Kompressor auch ein Kompressor also Kompressor und Edge of Breakup sind ja wirklich sehr ähnlich wobei ich einen Kompressor halt wirklich dann nehme um diese um diese Funky ja ja dass die dann so ploppen genau das kriegst du auch mit Edge of Breakup aber das wäre es eins aber im Prinzip drei Pedale so und das ist ja auch das Ding ich habe ein Mini-Pedalboard das ist halt so groß das ist flugtauglich da ist genau so meine Kombination drauf da ist noch der Booster weil ich liebe Booster der eingebaute Booster ist super ich bin Booster-Nerd weil als Blackmore brauchst du den und den und den oder egal aber da hat jeder seine Favorites man kann ein kleines Pedalboard bauen und das Ding ist halt dann eine riesen Gitarrenanlage am Schluss und wiegt nichts holst du mit ins Flugzeug und ja ich habe wirklich also auch die großen Stars die ich habe Kunden ich nenne nicht alle Namen aber es gibt einen Haufen Leute wo du denkst aha ne die haben halt noch andere Verträge und ist ja auch alles gut aber die haben so damit sind die abends auch mal unterwegs wenn sie mal nicht die große Welttournee machen ja es ist ja auch wenn du das Ding mit ins Handgepäck nehmen kannst bist du ja auch sehr gut dabei weil wenn du siehst also mir wurde schon öfter mal der Koffer geklaut geklaut aber einfach zu dumm zum Befördern ne kommt ein Tag zu spät an ja das reicht ja schon eine Woche kam er zu spät und das für die Profis ist das Hauptargument bei dem Amp auch der klingt an jeder Steckdose auf diesem Planeten gleich wenn du ein Röhrenamp hast hast du ein Trafo und der Trafo übersetzt die einkommende Spannung in einem festen Verhältnis 1 zu 230 Volt rein Anodenspannung ist so hoch so ist das aber keine 230 schrumpft das Ganze und wenn du mal einen Fenderamp gehört hast der zu wenig Spannung kriegt dann also das ist wie so ein schlapper Fahrradreifen das macht keinen Spaß mehr weißt du so dann musst du reintreten und da kommt nichts nix da funky und so und deswegen haben so Leute wie ACDC Angus Young die haben so japanische Power Conditioner die wandeln das einkommende Stromsignal und schicken hinten setzen das nochmal neu zusammen das auf eine ganz bestimmte Spannung die sie einstellen können weil der Marshall vom Angus der braucht sei keine Ahnung 238 Volt oder was weiß ich auch weil dort ist dann die Röhre genau in der Kennlinie wo bei ACDC der Kord genau so schmatzt wie er soll so und den Scheiß ist in meinem Power Supply drin weil das da kannst du egal welche Steckdose holen das Ding schickt hinten auf der Sekundärseite genau das raus egal was vorne reinkommt also ich habe quasi den Angus mit eingebaut und das das sind so Sachen wenn man mal überlegt wie man halt modern denkt muss man die geilen Sounds nicht opfern aber kann die Convenience und das was uns Technologie bringt mit aufnehmen und das geht nicht nur digital sondern eben auch analog das ist meine Mission sehr gut das ist doch ein schöner Abschlusssatz ein schöner Abschlusssatz ich fall schon wieder in den Dialekt ja das war Vorstellung vom Amp One ich weiß ich bin ein bisschen spät aber dafür dafür war es eine andere und das fand ich auch gut weil ich habe schon lang keine mehr gemacht und ja die war schön ja ich frage halt was mich interessiert und ich bin da halt sehr spezifisch weil ich sehr viel Geräte kenne und auch weiß was ihr wollt denke ich meistens und ich vermute dass es für viele von euch das optimale Gerät sein könnte muss ich sagen könnte wirklich und viele vor allem die sagen sie haben sich halt Modeler X gekauft und Modeler Y gekauft und es war ihnen zu kompliziert und sie wollen doch eigentlich nur spielen dann sollte man sich vielleicht das angucken und vielleicht ignorieren dass es mit der Kontrolle und das ist vielleicht dann auch zu kompliziert aber das Ding allein so wie es da steht kann klassischen Fender kann klassischen Marshall Hot Rodded Marshall und Soldano so ein bisschen foxig ja und also es klingt wirklich Soldano Sound ist bei mir fest drin weil das mein Lieblings Sound ist der Modeler klingt genau wie Soldano direkt ja ist halt so daneben stehen ja da steht einer ja ich habe ja so AB Umschalter und das ist in der Entwicklung so und ich merke mir aber auch so wie du also ich bin auch schon immer ein Soldano Freund gewesen das ist halt es ist ein iconic Tone also es ist einfach Soldano ja und deswegen will ich haben habe ich mir halt selber gebaut natürlich und für alle von euch die sagen ja das ist jetzt alles schön mit den Vintage Sounds und Null aber ich mache Metal da haben wir dann ein anderes Video denn es gibt nochmal das ist der Amp One und ich vergesse immer welcher welcher ist Iridium Edition Iridium Edition und hier kommt die Schachtel und es gibt nämlich noch einen Amp One Mercury Edition ja also das ist Mercury ist und den packen wir im nächsten Video aus genau also was wir jetzt gehört haben war der Mercury aber du kannst dir jetzt mal kurz in die Zeit also so kommen die Amps auch an ah ja genau also die kommen mit dem Aufkleber mit einem schönen Täschchen ja und pass auf hier kommt das also ich fange schon bei der Verpackung an guck dir das mal an also das ist Apple-like ja nee pass auf das geht Luft also das ist definiert die Gehäusegröße der Verpackung ist definiert dass der Luftzug stimmt so und das nächste hast du dir echt Gedanken drüber gemacht oder das war kein Zufall wahrscheinlich nee dann natürlich so und das nächste ist die matte Verpackung ist beschichtet dass kein Staub oder Kratzer drauf hängen bleiben das heißt die kannst du da schön ins Regal egal wenn man es machen kann mache ich es halt ne ja das nächste ist es kommt mit so einem Handtäschelchen Damen oder Toilettenbeutel eine Anleitung und der Iridium hat noch eine Extra-Anleitung und ein Netzkabel mit Winkelstecker damit man möglichst wenig Platz auf dem Paddleboard so und was übrigens alles nicht in der Anleitung steht dafür haben wir eine eigene Knowledge-Base das ist ganz wichtig weil heute gibt es ja auch so User-Gruppen die M1-User und bla 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 aber da kommt ja immer wieder was Neues an Erfahrungen dazu wenn ich das mit dem kombinieren so und dann sind wir hingegangen weil das auf Facebook irgendwann in der Timeline verschwindet haben wir das auf Bluegipedia heißt das Ding in der Knowledge-Base gemacht da kannst du zu jedem Thema das du wissen willst auf Deutsch und Englisch suchen kannst du sagen MIDI also wenn du dann mal schon anfängst ich will mehr und dann tippst du MIDI an dann kriegst du 15 Artikel über MIDI MIDI mit dem MIDI mit dem die Kombination von dem mit MS3 die Kombination mit HX-Effekts und so weiter und wir sammeln halt die Erfahrungen der User und diese Knowledge-Base ist mittlerweile schlauer als ich selbst weil ich kann mir den Scheiß nicht mehr merken und deswegen haben wir das mit angefangen und auch speziell wenn jetzt MX kommt irgendwann my head is full also der Kopf ist ne so aber egal so kommt das Teil und übrigens also für die die sind auf der Unterseite gibt es eine Aussparung für den Griff wenn man das nämlich auf einen Kofferverstärker legt mit einem Griff fällt er nicht runter ach das ist also Kleinigkeiten das muss man also man muss nicht drauf kommen man muss einfach nur drauf achten sag ich immer genau und das andere ist er ist vorbereitet für was wir Easy-Logs nennen das heißt wir haben Neodym-Magnete die kann man auf dem Paddleboard schrauben und die haben 10 Kilogramm Saugkraft und dann bleibt das Ding auf dem Paddleboard und man kann den dann auch wieder weg machen ohne dass man so Velcro oder im Sommer Velcro schmilzt in der Hitze und dein Paddleboard schwimmt so das ist halt eine Lösung weiter ja Wahnsinn und da gibt es noch einen Umschalter für den Effekt-Loop das hat der andere auch ne also du zeigst jetzt nur was der andere auch hat aber das ist gleich das ist ja quasi die gleiche Plattform und es gibt sogar ein Gate hier Metal das hat nur der ne das hat der auch der hat auch ein Gate aber sicher doch und das ist aber wahrscheinlich für den Clean-Kanal ausgeschaltet es ist für den Clean-Kanal auf Soft geschaltet und geht automatisch auf Metal wenn du es auf Metal stellst du kannst es für alle auf Soft schalten du kannst es aber bei dem Iridium kann man sogar einstellen ob du das Gate anhaben willst oder auf welchem Kanal weil die Metal-Spieler wollen ja notfalls alles gemettelt haben ja so und bei dem anderen ist es so quasi Automatik nach dem Motto ich bin auf Clean immer auf Soft und kann auch und der hat auch den Metal-Schalter okay ich sehe es gerade also für den Soldano kannst du den dann auch auf Metal stellen ich sage mal so bei dem steht bei den meisten Leuten das Gerät auf Soft und alles ist gut bei den meisten Leuten die dieses Gerät spielen steht er meistens auf Metal was ja auch dafür gedacht ist genau so gut also das kommt in einem weiteren Video und ich denke ihr habt jetzt alles erfahren was ihr über den Amp-Worn wissen wollt und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr insofern schließen wir das Video ab wenn dir das Video gefallen hat gib mir einen Daumen nach oben beziehungsweise uns guck auf jeden Fall bei Thomas seinem YouTube-Channel vorbei der ist auf Englisch aber der Thomas ist ja ein Deutscher und spricht sehr deutliches Englisch ich muss ja immer gucken denklich dass ich nicht sagen deutsches Englisch aber das ist immer einfacher zu verstehen wenn jemand nicht Muttersprachler ist und so nuschelt oder Nordengländer oder Ihre oder in Australien sogar also sehr einfach zu verstehen schau dich den auf jeden Fall an ansonsten wenn es gefallen hat Daumen nach oben wenn es nicht gefallen hat zweimal den Daumen nach unten drücken das ist ganz wichtig und ja wie hast du das Video wie hat dir das Video gefallen mit einem Gast würde ich mich würde ich mich für interessieren schreib mir das unten in die Comments rein oder hast du vielleicht sogar ein Amp-Worn was gefällt dir besonders da dran schreib mir was Schönes in die Comments ich freue mich über jedes Kommentar bis dann mach's gut und ciao ciao